Was bedeutet denn Gesundheitsvorsorge für Sie? Es gibt eigentlich den Fluss des Lebens, man nennt das so und da drinnen sind jetzt unsere Schmerzen, unsere Beschwerden und jeder wird einmal da reinfallen. Hier beginnt eigentlich der Weg zurück. Man möchte schon vorher dem Patienten, der Person Informationen geben, wie kann man es verhindern, dass er in diesen Fluten da reinfällt. Wir versuchen der Person Schwimmflügeln anzulegen in den Therapiesitzungen, in den drei Wochen Aufenthalt. Was empfehlen Sie um Gesundheit bis ins hohe Alter bewahren zu können? Es gibt Faktoren, die kann ich weniger beeinflussen, wie zum Beispiel die Verjährung, die familiäre Situation. Aber trotzdem ist es wichtig zu wissen, welches Risiko habe ich und darauf kann ich auch einwirken. Und einwirken kann ich dann, indem ich das dann auch in meinen persönlichen Lebensstil einfließen lasse. Und Lebensstil, das ist das Entscheidende, damit es mir auch im Alter gut geht. Da gibt es drei Themen, die sind ganz wichtig. Das ist Bewegung, das ist Ernährung und das ist auch die mentale Gesundheit. Warum ist auch mentale Gesundheit wichtig? Ja, alle wissenschaftlichen Studien bestätigen es, dass gerade die psychischen Belastungen immer mehr werden. Und das ist einerseits eine jüngere Gruppe. Diese Gruppe dauert zwischen 30 und 45, die auch noch in der familiären Organisation dringend sind, auch im Aufbau von ihren Lebensumständen. Die sind immer mehr Druck ausgesetzt. Und andererseits aber auch die Bevölkerungsgruppe, die eher so diesen Übergang vom aktiven Leben im Berufsleben in dieses nicht-aktive hineinschaffen. Und da soll es eben wirklich Hilfestellung geben. Da gibt es auch viele Dinge, die man selbst auch beeinflussen kann, wie die Tagesstruktur einfach, das muss man auch weiter behalten, auch in der Pension. Auch Zeitmanagement ist natürlich auch für einen Jüngeren, der eine Familie zu betreuen hat, ganz, ganz wichtig. Und hier wirken eben auch unsere Gesundheitspsychologen positiv darauf ein. Bewegung ist ein zentrales Thema in der Gesundheitsvorsorge. Wie setzt denn das Bad Radkersburg um? Ja, einerseits natürlich im medizinischen Bereich durch Trainingstherapie, durch moderne Bewegungstherapie, auch mit Einsatz von modernsten Hilfsmitteln auch. Und andererseits natürlich auch durch den Einsatz unserer natürlichen Heilmitteln hier am Bad Radkersburg. Wir haben hier besondere Heilmittel. Einerseits die Thermalquelle, andererseits die Magnesiumquelle, bekannt Longlife.